Wer rastet, der rostet, sagt der Volksmund. Natürlich sollen wir uns alle bewegen. Mindestens genauso wichtig ist aber auch die Regeneration danach, nach Sport also oder aber über Nacht. Was uns aber häufig davon abhält, ist entweder natürlich ein unruhiger Lebensstil, zu wenig Schlaf oder in den meisten Fällen ein Nährstoffmangel. Und genau hier setzt Fairway Repower an. Denn hier drin sind alle Nährstoffe enthalten, die unser Körper braucht, um die Energien wiederzubekommen und also zu regenerieren nach dem Sport oder über Nacht. Genau dann wird es auch angewendet, kommt übrigens zu Ihnen nach Hause in diesen praktischen Fläschchen, kann überall mit hingenommen werden. Also auch wenn Sie unterwegs sind, mit zur Arbeit oder eben kurz vorm ins Bett gehen. Das einfach an der Seite als Sache, also einfach einmal öffnen, dann das ganze einmal trinken und dann wird Ihr Körper endlich regenerieren. Wie schafft er das? Hier drin enthalten ist ein marines Magnesium. Das ist ein besonderes Gütekriterium. Wird übrigens gewonnen ganz natürlich an der französischen Mittelmeerküste, kombiniert mit Q10, hat auch noch einen kleinen Schönheitseffekt, werde ich später nochmal drauf zu sprechen kommen, und allen nötigen essentiellen Aminosäuren, Vitaminen, all das, was Ihr Körper braucht, um wieder die Energie zu bekommen, die eben beim Sport oder im Alltag verloren gegangen ist. Also Repower, um wieder zu regenerieren für Ihren Körper.